Hallo Mitspieler, mein Name ist Dallowright und ich begrüße euch zur 21. Episode dieses Elite Dangerous Let's Plays. Ja, was soll ich sagen, in der letzten Episode gab es eine kleine Festplatten-Havarie. Mit anderen Worten, meine Aufzeichnungsfestplatte war leider voll. Das war natürlich nicht beabsichtigt. Doch die beiden, beziehungsweise die Episode davor, die war so lang, das habe ich nicht mit einbezogen. Und dadurch fehlt uns leider das Ende gegen den Herrn Stahl, den ich aber abgeschossen habe. Ups, falsche Seite und Kopfgeldjägerauftrag, einer von fünf. Ja, hier ist die Bestätigung dafür. Und was nicht so schön ist, dass ich jetzt ein gesuchter Mörder bin. Und weil, nach dem Abschuss hat man mir gesagt, ey, du bist jetzt ein Mörder und dich kostet das 6500 Credits. Ja, damit muss man erstmal umgehen, dass man ein Mörder ist. Ja, wir packen erstmal die Laser wieder ein. Denn wir wollten ja nur für sich... Wo wollten wir hin? Na, wir können ja mal nach Soloviev-Station. Oder hatten wir ein anderes Ziel? Ich gucke nochmal auf die Systemkarte. Ja, wir fliegen mal zu Soloviev. Gesucht. Buffett bin ich nicht gesucht. Dann fliegen wir lieber nach Buffett-Plattform. In der Hoffnung, dass wir dann da die 6500 gleich bezahlen können. Okay. Buffett, it is. Ja, Kopfgeldjäger müssen nicht zwingendermaßen gesucht sein, ist die Erkenntnis. Das heißt, man sollte sich doch lieber auf Piratenaufträge beschränken. Kontakte im Auge behalten, Moment, da war was. Eine Sidewinder. Vielleicht ist das ja auch ein Missionsziel. Andrew Fan. Mit einem Hauler. Nee, Daniel Gallion. Was war das mit Andrew Fan? Scanner erforderlich. Na, scan doch. Mit einer Adder. Nee, Nieper. Ey, kommt nicht an diesen Andrew Fan ran. Wie auch immer. Daniel Gallion. Gesucht. Adder. Ist aber nur gesucht, ist kein Missions-Target. Sicherheitsdienst. Okay, dann... Wieder umdrehen. Und... Nach Buffett, bitte. Mal das Kopfgeld möchte ich schon ganz gerne bezahlt wissen. Und hoffentlich geht das nicht, dass das wieder so merkwürdig ist, wie wir das andere Kopfgeld, weil wir mal vor ein paar Episoden hatten. Fünf Tage, 23 Stunden, 41 Minuten Zeit, das zu bezahlen? Bevor so verfällt? Oder wird die dann erst aktiv? Wer weiß. Wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Wenn ich da kundete, das sind Planeten. Walker kennt man ja mal. Adrian Whelan. Experte. Wird gescannt. Und ist kein Kopfjäger. Kopfgeldjäger, so wie es aussieht. Das wird auch kein Kopfgeldjäger sein, den haben wir, Sidewinder, Ilya Moromets, auch alles sauber. Ein Diamondback, Akuna, JLH, ein Missionstarget, okay. Dann ran an den. Du hast auch wieder sauber. Wie? Achso, ich muss ja hinter ihnen. Auch noch. Was? What? Wie hinter das zieht? Genau hinter ihm. Das ist ja ein Eiertanz. Das macht doch überhaupt keinen Spaß durch hier. Bleib, bleib, bleib. So, Waffen sind draußen. Du solltest wissen, mit wem du dich anlegen kannst, Pilot. Die Sache ist... Warte, stand da. Die Sache hier ist vielleicht eine Nummer zu groß für dich. Na ja, okay. Oh, er fängt an zu schießen. Also können wir doch auch schießen, ohne dass wir Ärger kriegen, so die Theorie. Schieß mal nochmal, triff mich mal. Obwohl er ist rot. Tja, trotzdem kriegen wir jetzt eine Strafe, obwohl er schon auf uns geschossen hat. Das ist doch nicht richtig. Ich meine okay, wir haben rausgezogen aus dem Verkehr, aber das ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Also das sind Ungereimtheiten, die sich mir nicht so ganz erschließen irgendwie. Oh, Energie bitte. Tja, was war das denn mit deiner großen Lippe, JLH? Mord. Was war... Ach, so drastisch. So nur ein Spielkinders. Na ja. Okay. Alles wieder einfahren. Volle Energie haben wir. Und Speed. Falls Buffett auch gesucht. Stand da eben hier in der Systemübersicht. Da wird gesucht. Ne, hier noch nicht. Ohne klar. Ups. Wird nicht was. Auf jeden Fall hinter uns. Aber schon vorbei. Glücklicherweise nicht reingeschmettert. Ja, anscheinend. Ah, wir haben zu viel Speed. Speed. So. Speed abgebaut. Können wir uns wieder ausrichten. Hm. 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 Wir müssen uns wiederin. Wir müssen uns wieder aufnehmen. Wir müssen uns wiederholen. Wir müssen uns wiederhole den Weg nach und tournieren. Wir müssen uns wieder aufnehmen. Nee, wundere es noch nicht runter. Und wir droppen. Wir hätten ja eigentlich nach meiner Theorie aus der letzten Episode hätten wir die andere Station auch anfliegen können. Da es ja hier keine Sicherheitskräfte gibt. Oh ja, hätten uns die Landerlobnis verweigert? Hm. So, die zwei. Wo leuchtet die zwei? Da, da. Direkt über dem Fadenpunkt. Mal gucken, in welche Richtung wir landen müssen. Ich vermute links, ja. Steilen Anflug. Steilen Anflug. Bisschen nach hinten und abwärts. Und Licht. Hehehe. So. Munition brauchen wir nicht. Auftanken können wir. Kontakte. Hä. Und der kann meine Strafe hier nicht bezahlen. Das finde ich wieder merkwürdig. Kopfgeld, Kopfgeld in Workers of Silvanito Future. Die scheint es denn hier nicht zu geben, oder? Doch. Workers of Silvanito Future. Die gibt es hier. Warum kann ich denn hier nicht bezahlen, Leute? Muss ich jetzt da wirklich sechs Tage, 23 Stunden und 55 Sekunden für warten, bis ich das bezahlen kann? Das kann es doch nicht sein. Ich verstehe nicht, Leute. Aber egal. Das wird sich schon irgendwie aufklären. Die Stimme des Terrors verstummen lassen. Was wollen die denn? Zwischen den Sternen werden viele schreckliche Geschichten erzählt und finstere Namen gehandelt. Aber hier in diesem Sektor gibt es nur eine Schreckensgestellt. Den Piratenherrn Relic Insegura. Gegen ihn wagen nur wenige anzutreten, aber vielleicht bilden sie ja eine Ausnahme. Assoziiert mit Blah. Im System LRW 96. 128.000 Credits. Zehn Stunden Zeit. Gut für den Ruf. Einfluss ist uns egal. Kampfranghammer. Target. Relic Insegura. LRW 96 müssen wir doch eh hin. Um das Piratenteil wieder abzugeben. Ne, das LFT. Wir sind in Silvanito und haben hier noch drei Kopfgeldjäger offen. Aber nach LRWD müssen wir um 16.000 Credits abzuholen. Na, können wir das vielleicht noch en passant machen? Okay, machen wir. Kurier benötigt nach Seegeist. Das schließe ich mal für uns aus. Bleiben wir mal bei Silvanito LFT oder LRWD in dem Dreieck. Und ich würde sagen, einfach nur weil es mich interessiert, fliegen wir jetzt nach Soloviev Station. Ich würde gar nicht wissen, wie ich das Kopfgeld wieder los werde. Würde sich mir zwar trotzdem nicht erschließen, selbst wenn wir da bezahlen können. Ja, aber wir werden's los. Wart ja schonmal... ...nicht schlecht wäre. So... Wir eiern... Kurze Ratlosigkeit in den Gesichtern. Aber es geht ja nach Soloviev. Dachten wir, ich scanne hier ein Schiff, aber hier im Nahbereich von der Station macht das ja auch keinen Sinn. Ich habe keine Kontakte, obwohl ich irgendwo ein Schiff höre. Einer Igel ist in der Nähe. Wir müssen hier aber noch andere Schiffe... Mal kurz ausrichten, weil wir brauchen ja noch Kopfgeldjäger. Harrison Skywalker, okay. So ein netter Mix. Ein Missionstarget, okay. Hinterher. Egel-Planetschiff und trotzdem außerhalb der Reichweite mit 1,Bla. Licht zu kunden. So, das finde ich nicht unbedingt stringent. Ach, wir scannen einfach. So langeweile, weil's so schön ist. Und ich die schöne Nebel hauen. Ah, Harrison Skywalker haut uns ab. Ja, wurde langsamer, gleich läuft's rückwärts. 28, 27, 26, sehr schön. Doch, nur mit 20 fach hatte ich die Schwindigkeit unterwegs. Nur. So, jetzt kommen wir. Frameshiften auf die Entfernung. Super interessant. Na, komm, komm, komm. Abgeschlossen. Waffen raus. Und Scanner. Was soll ich sagen? Es ist an der Zeit, für ihre Taten zu büßen. Okay, dann schieß mal. Traut er sich doch nicht. Doch. So. So, er schießt auf mich. Ist aber trotzdem nicht gesucht. Das mag nur noch mit einer Kopfgeldprämie liegen. Okay, naja. Hilft ja nix. Dazu haben wir jetzt nochmal 200 Bußgeld. Und dann nochmal 6500, wenn ich ihn erledigt habe. Oder wie. Energie mal wieder verschlumpft. Die Schilder ist mal weg. Hat wegfliegen auch keinen Zweck. Hehehehe. Ja, ein befreundeter Elite-Spieler sagte mir, dass wenn ich die Shift-Taste gedrückt halte. Äh, dann kann ich das sehen, was sich unten im Scanner abspielt. Beispielsweise, wie doll er verletzt ist und den unteren Teil des Scanners. Aber das hat nicht funktioniert. Kommander, Komma! Ich werde dich mal hier öffentlich denunzieren. Was hast du mir da erzählt? Aber in dem Moment, wo ich das mache, siehst du das? Gibt da Speed? Na, das ist vielleicht eine Sache der Tastenbelegung. Wer weiß, was sich der Koma da belegt hat. Oder was ich mir hier belegt habe. Gut. Wir wollten aber nach Solovjev. Wir haben jetzt Nummer 3, wenn ich... ...richtig mitgezählt habe. 19 und 5. Eieiei. Äh... Das war die Nummer. 3 von 5. Okay. Waffen rein. Volle Energie. Und laden bitte. 4... 3... 2... 1... Engage. XO- Solovjev sind ja auch gleich da. Ah, fliegen wir erst mal hin und drücken erst mal ab, wenn es geht. Also, mir ein Kopfgeld meine ich da mit. nur der Neugierde wegen mag sein, dass uns jetzt rechts oder links der eine oder andere Kopfgeldjäger durch die Lappen geht, aber ich würde es gerne wissen und natürlich hätte ich gerne das Kopfgeld von meinem Kopf runter jetzt zieht der Stern vorbei was haben wir da das ist ein anderes Raumschiff kein Komet also hier oben rechts an der Ecke da sind auch zwei Raumschiffe Planeten hier auch nach oben warum auch immer so hier bin ich gesucht sagt die Systemkarte mal sehen was passiert zwei Schiffe sind vor uns also ich bin gesucht darf ja trotzdem landen meine für mich ist das positiv aber generell als Spielmechanik finde ich das merkwürdig so so faste Punktlernung dann mache ich an dieser Stelle Schluss die Sternhafen-Dienste gucken wir uns am Anfang der nächsten Episode an ich bedanke mich, dass ihr wieder mit dabei wart würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut und ein Daumen hoch, ein Kommentar und ein Abo wären auch sehr nett Tschüss